Servus Leute und herzlich willkommen beim Let's Play Live, South Park, die rektakuläre Zerreichsprobe. Ich habe entschieden, ich werde nicht mehr jede einzelne Folge anmoderieren, sondern wieder nur noch hier Anfang und Ende vom Aufnahmestream und mache einfach nur die Cuts zwischenrein. Gefällt mir irgendwie besser. So, dann, 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 wir müssen die Scrambles finden. Aber wir müssen auch in die Gasse. Bei die Mobile waren wir, bei der Post waren wir. Achso, wir können ja gar nicht mehr rennen, stimmt. Hey, da oben ist ein Ding. Okay, das aufwürzen. So, dann, dann, okay, okay, okay. Äh, ja, aber wir gehen jetzt in die Gasse, wir gehen zum Raisins. Kiste. Oh, Drogenfläschchen gibt sie. Noch eine Kiste? Hä? Ansehen. Oh, die Plakate, die wir im letzten Spiel aufgehängt haben. Schnitzel, ja. Was? Kopfaufnahmen. Okay. Macaroni. Sonst ist hier nichts. Ja, da oben ist eine Kiste. Da hinten ist eine Kiste. Okay. Ja, schade. Kannst du auf die Map schauen, wenn wir jetzt nach rechts gehen. Komm, Token ist Haus und eigentlich die Mall. Achso, die Mall wird hier wieder aufgebaut eben. Und wir haben jetzt hier Seniorenheim. Uh, was ist da? Das sind Memorberries. Erinnerst du Detektiv Rockford? Oh, ich erinnere. Erinnerst du Petula Clark? Oh, ja, ich erinnere. Dauntown liebe ich. Oh, die sagen mir tatsächlich gar nichts. Sollen wir reingehen? Wir müssen hier bestimmt irgendwann noch hin. Boah, Alter! Jo, war doch geil, oder? Miau. Miau. Ah! 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 Ähm, warum schaust du jetzt so böse? Hier, kriegst du noch einen. Ah, ja, war schon recht. Ja, hier ist auch hier ganz viel... Oh, ein Klo! Ja, das geht! Oh, scheiße! Baustellenklo! Vier Sterne! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Okay, der war gut, oder? Oh, ja! Läuft, läuft, läuft! Druck aufbauen! Jawohl! Jawohl, wieder Druck! Alter! Fast! Oh! Oh! Geschafft! Wuhuu! Wuhuu! Kloherrscher! Okay, da kommen wir nicht rein. Da oben ist... Da ist ne Tasche! Ah, wieder nichts geiles! Warte mal! Hier, da ist ne Leiter! Aber die kriegen wir offenbar nicht runter. Hm! MFC... Wir sind ein Minderjähriger und nähern sich einem rauschmittelhaltigen Sperrbereich. Treten Sie zurück, oder sie werden terminiert! Okay! Nein, zu oben! Hahaha! 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 Wer tritt das Raisins? Ja, machen wir gleich! Wir sind ein Minderjähriger und nähern sich einem rauschmittelhaltigen Sperrbereich. Treten Sie zurück, oder sie werden terminiert! Okay! Hahaha! Uh, hier, schau mal! Ha, das geht! Oh, das sind Minderjährige! Oh, ja, Daktari! Hahaha! Hahaha! Höliger Lappen! Das ist das Raisins! Moskito muss da drin sein! Lass dich nur nicht von den scharfen Wings und Bräuten ablenken! Okay! Catch all your NFL action here! Add Raisins! Und 22 Screens! Alter, da geht's ab! Was ist das? Raisins! Ach, Kalender! Hot, hot! Mit einer Gratis-DVD! Was, du auch noch? Kann ich den Mülleimer hier looten? Ja, okay, kann entgegenhauen! Äh, ja, dann geh mal rein! Wieder zwei für eins Drinks! Bring a friend! Hi, und willkommen in Raisins! Nur eine Person? Ja! Dann komm mal mit, Süßi! Okay! Ich will jetzt noch wüssten, wie welche alle geheißen haben! Süßigkeiten! Halt dich von Mercedes-Benz! Sie gehörten mir! Okay! Tut mir leid! Ich folge nur Psychiker! Oh, komm! Was ist mit dir? Die Bedienung hat gesagt, ich bin der einzige, der nicht blöd ist! Sorry, mir gefallen nur Brutalisten als Superhelden! Oh, Bruder, das könnte ich schon machen! Ah, das könnte ich schon machen! Ah, da muss ich jetzt... Bist du Mercedes? Warte, ich komm mal andersrum! Bin gleich da, Schätzchen! Habt ihr schon Spaß, Süßi? Okay! Ja, ich schieße nur Selfies mit Karate-Kids-Superhelden, die viel Trinkgeld geben! Karate-Kids-Super... Alter! Also ich muss ja mit jedem... Hier, Schnucki! Ja, ja, ich komm schon gleich! Hausaufgaben, wie sieht denn gerade der... Kissing Company! Hier, Schnucki! Ja, ja, äh... Du schaust auch so sehr glücklich aus! Was willst du, ich hab zu tun? Ja, ja, ja... Ich folge nur Cyborgs! Das ist mein Ding! Ach, komm! Also wir müssen jede Klasse einmal nehmen, oder? Sie ja alle kriegen! Wen stellst du nochmal da? Ehh... Tut mir leid! Ich folge ausschließlich nur Elementaristen! Oh, Alter! Uh, Kuchenkuchen! Sieh Leine, bevor die Mädchen denken, wir kennen uns! Was? Ich mach nur Selfies mit Assassinen! Da steh ich total drauf! Okay! Alter! Wie hier sagt ihr mit dem Ding hier... Alter, ihr schaut doch mega nice aus! Oh, warte mal! Warte mal! Warte mal! Ich muss kurz so schauen! Ähm... Zwei! Drei! Vier! Fünf! Sechs! Sieben! Acht! Neun! Zehn! Weil so sind wir bei zehn Screens! Zwei sah- Zwei sah- fии pusht an! Geht hier auf der Rückseite welche hängt? Kann ich nicht sagen! Und hier Tür! Haha! Tüte... Burrito. Ich dachte schon, du kriegst wieder ein Drogenflasch hin. Foto von der Hundescheiße. Gross smell. Ekelhafter Geruch. Und Badatou... Klingy. War wahrscheinlich zu anhänglich. Aber ich kann es jetzt ehrlich gesagt nicht direkt sagen. Oh, schau mal ein Trinkgeldglas. Oh mein Gott, ich hab den Raisins eben als Trinkgeld geklaut. Uh, ein Foto. Tweak and Craig. Du bist mein Superherz. Ja, es ist sogar Super-Track, der das Zeichen für Wondertweak macht. Wuhuu. Die Tasche? Ja, kann ich auch looten. Ah, da ist es hier von Tweak. Bad Tipper. Schlechter Trinkgeldgeber. Dann haben wir es hier auch. Ich glaub, die Bedienung steht voll auf mich. Ja, da denkst du... Äh, wie viel waren wir? Zwo, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf Screens, zwölf Screens. Okay, wir sind hier bei zwölf. Setzen. Weiter gehts eh nicht, also muss ich mit ihr reden. Eins von unseren Raisins Girls kommt gleich. Wuhuu. Ist der nicht total süß? Er verdrückt jedenfalls ne Menge Wings. Hm. Ja, und dann bin ich durch die Luft gesaust und hab die Bösen vermöbelt. Wow, ich wusste nicht, dass Moskitos so tough sind. Tja, ist schon mal was vom Sika-Virus gehört? Noch eine Lade Wings, Süßi? Alter. Voll großzügig. Hm, ich greif's auf meinen Deckel. Das sind meine Frauen. Welcher Superheld bist du? Super, warte. Oh mein Gott, die Mission. Meine Superheld-Kollegen. Ich hab das komplett von mir gesehen. Meg von mir Verführerinnen. Moskito weiß genau, was ihr hier versucht. Äh, was soll das denn halten? Die Raisins Girls sind Moskitos kryptonit. Du musst mich hier rausholen. Okay, hier hast du die Rechnung. Haha, von wegen? Ihr wolltet mich verführen? Das zahl ich nicht. Komm, kampflos werden die uns nicht gehen lassen. Dann mal los. Alter! Siege die Rechnung. Oh, Plan. Warte mal. Plan ändern? Äh, ja, und... Kann ich hier irgendwo ein Team machen? Ah, da, verbündet. Ihr könnt es nur anschauen, aber nichts hinzufügen. Karte, Kostüme... War der Faktor? Nee, da kann ich auch nicht meinen Trupp machen. Kann ich mich nur umziehen? Nee, ich kann es einfach doch gar nicht machen. Kampf starten, passt schon. Als ich gesagt habe, ihr werdet die coolsten Typen im Raisins, das war gelogen. Bestellt ihr Süßen! Was? Willkommen im Team. Dich müssen wir komplett umstylen. Prügeln wir Moskito wieder Verstand ein. Was? Wirklich, Jungs, die Wings sind echt gut. Lass meinen Schatz in Ruhe. Alter! Moskito ist bezaubert. Benutze ihn in Untersuchungsmodus um mehr darüber zu erfahren. Ich bin bereit, Feinde in Machtgeschwindigkeit fertig zu machen. Der Zauber! Greif deine Verbündeten an, heil und verstärk deine Gegner ein Zugverbleibend. Ja, ok. Aber was mache ich da? Oh, ich habe eine Idee! Was kannst du denn? Ah, das kann heilen. Wipsilon schlägt auf jeden Fall zu. X schlägt auf jeden Fall zu. Eine Portion Wings klingt tatsächlich gut. 19,16. Er macht halt kein Damage. Plötzlich. Das heißt, wenn dann müsste er heilen. Und wir steigen hier hin. Und heilen uns. Oh, wir haben Platz! Nein! Fuck! Oh, das wollte ich ja nicht! Scheiße, ich wollte ja mit Super-Createn-Moskito taunten. Ach, Kacke. Wie viel Damage mache ich denn hier an dem Mädel? Auch 16. 13, oh mein Gott. Das ist überhaupt kein Damage. Ich mache lieber den hier. Ja, ich gehe hier hin. Ich glaube, ich habe echt ein Problem. Alter! Gefällt es dir hier, Schätzchen? Okay, ich meine, ich habe die Kämpfer auf Teufels gestellt. Ja, aber... Oder auch nicht. Ist mir eigentlich egal. Ja! Komm wieder auf die Beine, Arschboy! Das Moskito zu schlagen, um den Zauber zu brechen, wird ihn wahrscheinlich töten. Okay, ich kann nur eine taunten. Dann stelle ich ihn jetzt hier hin. Bisschen Defense-mäßig. Obwohl, ne, eigentlich muss ich ihn hier vorne hinstellen. Damit er ein Schild bekommt. Wenn er jetzt wirklich immer 3 Zeit Damage oder 17. Oh, warte mal. Da treffe ich 2. Dann mach ich das. So, und die ist jetzt... Genau. What? Halt dann alle angewidert. Gegenstandsmenü. Du kannst mit links, rechts durch deine Gegenstand Störung mit A auswählen. Okay. Wenn du den Gegenstand ausgehört hast, wähle dein Ziel und setze ihn dann... Okay, ich wähle dein Ziel. Schnell, ich fühle mir hier eine kleine Menge Gesundheit wieder her. Eine minimale Menge Gesundheit. Achso, nur bei dem, der ihn benutzt. Oh, Gegengift könnte ich ange... Mit meinem Superspeed könnte ich diesen Kampf im Handumdrehen beenden. Oh, und das hat ihn geheilt. Oh mein Gott. Ich bin... Ich stelle mich mal kurz hier hinter. Mann, Gegengift ist eigentlich zu krass. 40 heilen. 74, 50. What? Wie viel Leben fehlt mir eigentlich? Okay, viel. Erledigen wir das, oder was? Ne, ich nehme mal einen Kuhnkuchen. Ich bin angewidert. Ich verliere das gleich noch Leben, oder? Ja, 24 geht weg. Okay, verlangt. Wer hat hier eine Trachtbrügel bestellt? Nein, Super Craig! Ja! Ruhe in Frieden, Kuhnfreund. So toll, dass ihr da seid! Alter! Oh oh! Ganz recht, ich bin eine Bitch! Mhm. Alles in Ordnung? Super! Die kann nichts machen. Das ist gut. Ausstrahlt hier im Gegenteil wiederbeleben. Jaja. Meine Sektenklasse startklar! Aber wenn ich jetzt hier... Moskite euer... Oh nein! Das muss ich fast machen, die Ulti von ihm. Und dann sehen wir sie auch gleich. Alter! Sieht klasse aus! Das Publikum wird toben! Ah, Regeneration ist übel. Das Gegengift muss ich auf jeden Fall aufheben. Ach so, und da kann ich jetzt entscheiden, wen ich wiederbeleben will. Ich habe deine Atome neu geordnet. Aber ich muss ja... Auf Teuflisch muss ich echt hart einkaufen. Und wieder da! Oh fuck, der kommt mir eben... Ich muss den Titel dann noch ändern. Okay, mir geht's gut. So, du tust sie jetzt taunten. Versuch's doch, Wigbert! Der Nachschlag ist für mich! Alter, du war traurig! Glocken! So, ich kann jetzt hier natürlich sie auch rausnehmen. Glückwunsch, Superfreunde! Oh mein Gott, ich kann sie halt komplett rausnehmen. Alles okay, Supercrack? Klar, wir gehen super! Wenn ich ihn jetzt da hinstelle, äh, was kannst du mit... Y war das Ding, das du anwiderst. Ah! Oh, er heilt sich selber da durch. Und mit X heilt er sich auch selber. Aber ich geh mich hier hin, mach Y und treff die beide. Huuuuhm! Huuuhm! Hab ich Kotze im Haar? Mh... Mh... Ja, ich hab ja Moskito. Du willst ne Heilung? Hier! Swappen die auf Position. Du bist der Wind und er meint Moskito flügeln! Oh, er knockt das ja auch back. Da wird sie verlangsamen. Verlangsamen ist eigentlich, dann kommt sie... Ja doch, das mach ich. Ich hab gedup vor dem Kack. Ja, Treffer reicht für ein Home Run! So, ich stell mich jetzt hier hin. Mach ein Double Turn. Und jetzt mach ich sie down. Mein Saugrösel steht offen vor Staunen! Coolen Friends für immer! Mein Saugrösel steht offen! Hahahaha! Ich kann gerade nicht mal an Tengi Tengi Wings denken! So Moskito! Masse weg! Alter, das ist geil! Aber jetzt ist es wohl zu spät! Okay, Moskito haut rein! 25 ist aber schlechter wie meins! Vitalitätskelch! Gut Geld! Okay, besiege Raisins Girls! Alles zum Feinde! Das ist unsere Chance! Hahahaha! Diese Mädchen sind mein Kryptonit! Du hast mich gerade noch gerettet! Ich steh tief in deiner Schuld, Arsch! Held! Was ist dein Kryptonit? Alter, jeder Superheld braucht etwas, wogegen er machtlos ist! Okay! Irgendwelche Phobien? Emotionale Traumata? Komm, es muss doch was geben! Ist schon okay, ich bin in deinem Team Arsch, Kind! Hahahaha! 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 Oh, jetzt wähle ich meine Ha... Okay, 6 Cluster, Raisins Girls! Chaos Kinder! Oh, wahrscheinlich verpasst das Chaos! Das ist eine wichtige Entscheidung, wenn man dein Leben lang lebt! Alte Leute! Ninja! Vampire! Oh, Vampkips! Krebsmenschen! Boah, was ist unser Kryptonit? Krebsmenschen sind cool! Nehmen wir Vampire! Nehmen wir die scheiß Vampkips! Wir sind Team Gov, oder? Wir sind Team Gov! Vampire sind unser Kryptonit! Finde ich eher nervig als schrecklich, aber ist deine Sache! Ja, ja! Juhu! Super! Erledigt! Dein Kryptonit ist offiziell notiert! Moskito macht eine Fliege! Ruf mich, wenn du mich brauchst, Kuhnfreund! Verbündeter Freigeschalte Moskito! Verbündeter Freigeschalte Moskito! Kann sein, der Verbündeter mit deinem Team bearbeiten! Ah, sehr gut! Ja! So! Jetzt ändere ich kurz den Titel vom Stream! Das ist nicht so gut! Es ist gut! Das sind die Erfunkriegel! Das sind die Erfunkriegel! Diese Erfunkriegel! Warten kann.